Halli, hallo, wie geht's und so, da sind wir wieder. Ich sollte schnell zur Armbrust rennen, die sie nehmen. Ja, der Typ hat die Netzen fertig gemacht. Er ist der Held des Tages und ich schaffe es nicht rechtzeitig zur Armbrust. Das ist nicht so toll. Au. Hilfe, 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 Au, das gibt's doch nicht. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, soviel zur weiteren Runde Horde. Ich hab's halt ja nicht geschafft. Ich wünsche dem Team ja viel Glück. Oh, Mann. Ja, gut. Schmeißen die mit Lehm oder was? Oh, Mann. Ja. Ich glaube, ich schalte sie wieder ein, wenn die Runde vorbei ist. Bis dahin schaue ich mal, was ich hier gegen den O-N-Ping machen kann. Da scheint hier irgendwie für dieses Spiel nicht gut zu sein, obwohl es eigentlich gut ist. Naja, obwohl der Tasche, 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 Tasche und nochmal Tasche hat auch einen hohen Ping, aber einen etwas kleineren als ich und kommt trotzdem gut zurecht. Naja, gut. Äh, bis zum, ja, bis zur nächsten Runde, äh, ja, bis zur nächsten Welle. Das ist die perfekte Welle. Nö, 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 nö. Ich habe, äh, äh, nichts gegen den Ping tun können, daher, ja, ich schaue mal vielleicht im Internet nochmal nach, aber eigentlich ist das doch ganz gut, wenn man einen hohen Ping hat, oder? So, ich gehe zum Turm. Äh, wie komme ich da hoch? A und B. Wie coache ich nochmal A mit Shift? Oh. Das gibt's doch nicht. Nein. Los, schützen. Ich treffe nicht. Macht unserem König alle Ehre. Welcher auch immer. Es sind hier zu viele. A und schmeißen die. Ah, wir sind hier zu viele, glaube ich. Ist das hier der einzige Turm, das so groß ist? Hilfe. Hilfe. Toll, ich bin eine echt große Hilfe. Ich glaube, ich habe gerade keinen einzigen getroffen, oder? Doch, jetzt aber. Sehr gut. Au. Äh, au, sag ich. Der Typ da. Der Typ da. Puh. Ja. Ja. Jawohl. Oh. Oh. Zu weit. Pew, oh. Nein. Ah. Ah, das gibt's nicht. Na, es sind nur noch elf Stück. Hatte ich den Typen da erwischt? Oh. Den hier hat's erwischt. Au. Von wo? Ah. Da. Also. Da musst du auch getroffen haben. Vorsichtig. Da hinten. Ach. Ich bin ein echt mieser Schütze. Okay, jetzt aber. Na, zu weit. Oh. Der hier kommt. Na. Da kann man wohl nix machen. Ja komm, ich komm mit, Bruder. Na. Ja, ja, ja. nein ein typ gerettet hat dafür selbst gestorben man muss das noch üben und ich muss einfach besser werden im zweikampf ist der einzige der noch lebt ich hätte oben im turm bleiben sollen naja jetzt weiß ich es besser naja ich glaube den hier habe ich schon damit oder ist das der jawohl ich brauche muni definitiv 20 sekunden vorbereitungszeit sind echt zu wenig wirklich wo ist die armen brust nein ich dachte schon und ich habe es wieder nicht geschafft das gibt es doch nicht ach man geschafft es denn der taschen junge da immer hoch zu kommen ich habe mich mal nach einem anderen turm um der da vielleicht nope Ah, der da aber, alles klar, okay, gut zu wissen, ja so kann man die Hobby, äh, so kann man die Hobby überleben, man braucht nur die Türme, kennt ihr Herr der Ringe, die zwei Türme, äh, höh, 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 hoch, was hat der denn hier gebaut, hä, wie hat er das denn gemacht, das ist ja cool, okay, ich hoffe, die Schilder auf den Rücken bringen, was, na gut, dann spielen wir mal Huibu, also, Status Update, äh, Turmblau hält sich hervorragend, Verluste, keine, nur ich, Welle 18, übrige Feinde, 24 Turm Rot, hält sich auch hervorragend, Verluste, nach wie vor keine, Welle 18, Feinde, 21 Turm Rot, scheint weniger, äh, belagert zu sein, als Turm Blau, bei Turm Rot, äh, äh, spazieren nur einzelne herum, bei Turm Blau, sind die Feinde in Rot, äh, großer Zahl, und moderieren und Displays kommentieren, das ist echt so ungewohnt, und wir haben einen Mutigen, er stürzt sich ins, äh, äh, in die Massen rein, um die Reihen zu lindern, er scheint eine gute Taktik herauszubekommen zu haben, und er wird beworfen, was wird denn nur mit auf ihm passieren, wie, wie heißt unser Held, Mr., Mr. Crispy, Mr. Crispy ist soeben gefallen, er hat sich mutig geoffelt und hat vermutlich mehr Punkte so gemacht, als ich es jemals getan hätte, jo, ja, die Feinde, äh, die Feinde, äh, werden dezimiert, es sind nur noch drei übrig, zwei bei Rot, einer bei Blau, oh, er hat einen Armbrustbolz in den Tempel bekommen, das muss ein echt fetter Helden sein, und er hat schon wieder ein, ähm, was zum Teufel, war das vier oder fünf Schüsse, ah, und ich habe jetzt ein paar tausend, äh, Armbrüste, jetzt kann die Schlacht gewinnen, verdammt, wo, 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 wo war der Turm? Nein! Los! So, ich habe es geschafft! Ich nehme, ich genehmige mir mal den Paar Wischend, so, Puh, 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 Puh! Huh? Okay. Ah, hoch! Ah, knapp daneben, naja, knapp daneben ist auch vorbei, wir halten uns gut, weil wir alle 19, Feinde 14. Na, das gibt's doch nicht! wieder kein Treffer! wieder kein Treffer Hilfe, Hilfe! Nein, hier ist niemand! ok das war wohl nix ok und immer noch nicht getroffen so ah ah knapp daneben wo ist er denn da und das war's so ohne hände ist man schneller ok hop 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 ho 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 ich muss wie ich sie die folge bänden na dann tschüssi Vielen Dank.